Hi, herzlich willkommen zurück zu Python. Heute mit einem vielseitigen Tutorial. Und zwar geht es um Zwei-Faktor-Authentifikation. Eigentlich etwas, was mittlerweile sehr, sehr weit verbreitet sein sollte. Aber es gibt leider immer noch viele Anbieter, die das nicht implementiert haben. Spotify. Und es gibt auch sehr, sehr viele Anbieter, die ihre Dienste für irgendwelche Plugins oder sowas hart teuer verkaufen. Und behaupten, es wäre super, super, super schwer, das Ganze zu bewerkstelligen. Deswegen gibt es hier ein kleines Tutorial, wie ihr das, falls ihr eure Website selber schreibt, einfach machen könnt. Und zwar mit Python. Und ja, es geht natürlich auch die andere Richtung. Wir werden auch lernen, wie ihr das Ganze anwendet dann bei euch. Das heißt, wie ihr quasi den QR-Code, den man für Zwei-Faktor-Authentifikation braucht, irgendwie auswerten könnt. Und dann vielleicht eine App damit schreiben könnt oder sowas. Und ja, das ist vielseitig. Deswegen lasst uns anfangen. Was ist eigentlich, also was benutzen wir? Nun, wir werden benutzen, ups, sorry, das ist ein bisschen blau jetzt hier. Ich kriege es leider nicht weg, weil jetzt. Okay, ähm, okay. Wir benutzen die Bibliothek Pip-Install, können wir schon mal eingeben, PyOTP. Ja, und das ist eine Bibliothek, die genau das für euch macht. Ich habe das schon installiert, deswegen mache ich das jetzt nicht. Und was ihr da im Endeffekt habt, das sind ein paar Schritte, die man da braucht. Wir importieren erstmal PyOTP. Das ist so ziemlich das Erste, was ihr sowieso tun müsst. Und ja, als allererstes, wenn sich der Nutzer dafür entscheidet, zwei Faktor zu akzeptieren, was eigentlich eine gute Entscheidung ist. Vielleicht könnt ihr eure Nutzer ja ermutigen oder vielleicht auch sogar dazu zwingen, je nachdem, was ihr für einen Dienst habt. Also ich meine, gerade bei Online-Banking macht das Sinn. Viele Bitcoin-Trading-Plattformen etc. haben das so oder so verpflichtend drin. Und was wir jetzt hier haben, ist als erstes mal, wir müssen den User dafür registrieren. Und das machen wir mit einem Key. Und diesen Key müssen wir erstmal generieren. Das heißt, gen, ups, gen, key. Ja, wir wollen den Key generieren. So, das ist relativ simpel. Der Key unterscheidet sich nicht pro Nutzer. Der Key wird einfach zufällig erstellt. Es ist wichtig, dass man natürlich hier keinen Zufall benutzt, den man irgendwie vorhersagen kann. Und natürlich hat PyOTP da schon eine Funktion für euch generiert. Das heißt, wir können hier einfach sagen, PyOTP.randombase32. Und wir brauchen nicht mal irgendwie was anzugeben. Die Standardlänge ist perfekt dafür. Das heißt, hiermit bekommen wir eigentlich schon alles, was wir brauchen. Und ja, wir können das direkt zurückgeben. Also das ist quasi unser Key. So, dieser Key wird dann verwendet. Und zwar einmal wird der Key übertragen. Das Ganze ist ein symmetrisches Verfahren. Der Key wird übertragen an den Benutzer. Und der Key wird auf dem Server gespeichert. Das heißt, ihr müsst irgendwie dafür sorgen, dass euer Key auch wirklich gespeichert wird vom Benutzer. Ich illustriere das Ganze hier als Key ist gleich GenKey. Und natürlich, ähm, ToDo, ähm, Put in Database. Ja, das muss man noch machen. Das ist halt hier nicht dabei, weil das ist kein Datenbanken-Tutorial. Aber ihr müsst den Key auf dem Server und beim Benutzer speichern. Jetzt auf dem Server da, wie gesagt, das lasse ich weg. Beim Benutzer speichern, das ist so ein bisschen die Diskussion. Wie wird das am besten gemacht? Und eigentlich hat sich herauskristallisiert, ähm, standardmäßig speichert man den Key beim Benutzer oder schickt man den Key an den Benutzer mit einem QR-Code. Ähm, und das, äh, kann man auch super leicht machen. Allerdings muss man ein bisschen was dazu beachten. Das heißt, ähm, wir müssen erstmal hier den QR-Code oder die URL für den QR-Code generieren. Das heißt, GenURL. Und die machen wir natürlich basierend auf einem Key. Diese URL sieht folgendermaßen aus. Ähm, und zwar bekommen wir die auch wieder generiert von PyOTP. PyOTP, Punkt, ihr wollt Time-Based One-Time-Passwords, also Time-One-Time-Passwords, ja. Es gibt auch noch eine andere Möglichkeit hier gerade in der Library. Und zwar Counter-basierte, ähm, One-Time-Passwords. Das wäre dann H-O-T-P. Würde ich euch allerdings in dem Fall nicht empfehlen. Die meisten Anwendungen sind eigentlich mittlerweile auf Time-Based umgestiegen oder nutzen die. So, und hier packen wir natürlich den Key rein. Und, ähm, ja, jetzt eine Sache, die wir hier rein brauchen. Und zwar, ähm, ups, wir brauchen hier ein Punkt, ups, Punkt, T-O-T-P von Key. Sorry, das muss man neu generieren. Und jetzt braucht man hier eine, naja, eine Art Anmeldename. Okay? Das heißt, wie hat der User sich angemeldet? Wie soll das ganze Ding bei ihm im Google Authenticator eigentlich gespeichert werden? Und, ähm, das macht man mit einer sogenannten Provisioning URI. Und zwar, ähm, mit einem Namen drin. Das heißt, wir sagen hier Name ist gleich. In meinem Fall wäre das zum Beispiel, äh, sagen wir einfach Morpheus dazu. Morpheus. Und der zweite Teil wäre der Issuer Name. Keine Sorge, ihr müsst nicht irgendwie verifiziert sein oder sowas. Ihr könnt das einfach so machen. Und das hier wäre dann, ähm, my2fa-app oder so. Und, äh, hier am besten den Namen eurer Applikation eintragen. Das heißt zum Beispiel Google oder Spotify, was dringend mal nötig wäre. Oder andere Dienste, ja. Und damit habt ihr eigentlich relativ schnell diesen, diese URL generiert. Ich zeige euch mal ganz kurz, wie der Key aussieht. Und dann bauen wir uns daraus die URL. Das heißt URI eigentlich. Ist das eine URI, keine URL. Und zwar GenURL von Key. Und wir printen die URI aus. Okay. Wie sieht das Ganze dann aus? Naja, ist eigentlich relativ, ähm, spannend oder auch nicht spannend. Keine Ahnung, wie ihr es nennen wollt. Eigentlich ist es eine sehr simple URI. Ihr hättet die auch wunderbar selber bauen können. Am Anfang ist einfach das Protokoll OTP out. Das wiederum möchte von Google Authenticator oder von den ganzen anderen Authenticator-Plattformen eingelesen werden. Dann kommt TOTP, damit man das Verfahren kennt. Dann kommt der Name der App, den wir hier hinten eingegeben haben. Dann kommt der Name des Users. Dann kommt Secret ist gleich. Dann kommt euer Secret. Das ist der Key, den wir hier generiert haben. Und dann kommt natürlich der Issuer. Und dann haben wir hinten eben nochmal den Namen. So. Ähm, der Witz an der Sache ist natürlich, jedes Mal, wenn wir das laufen lassen, haben wir einen anderen Key. Sollte klar sein. Denn jedes Mal muss ein neuer Key generiert werden. Aber das ist tatsächlich auch schon kompatibel mit dem Google Authenticator. So, ähm, und ja, was ihr jetzt machen müsst, ist das hier. Also diese URI einfach als QR-Code generieren. Dazu habe ich ja schon ein Video gemacht. Hier, ich habe es sogar schon markiert. QR-Code, ähm, hieß der Code. Ihr findet den Code selbstverständlich auf GitHub. Oder ihr guckt euch einfach noch das Video von mir dazu an. Und es ist in derselben Playlist, also in den Python-Let's-Codes. So, und ja, wie, wie machen wir das, ähm, weiter? Also, wie können wir jetzt überprüfen, ob der Key, also ich meine, das ist ja bloß die Registrierung hier, ja. Das bedeutet, wir generieren uns einen Key. Das hier heißt, wir generieren die URL für den, oder die URI für den, ähm, Benutzer. Und der kann sich das ganze Ding dann einspeichern. Aber wie zur Hölle überprüfen wir jetzt, wenn derjenige sich einloggen möchte, ob er den richtigen Zwei-Faktor-Key hat. Nun, ganz einfach, ja, indem wir hier sagen, ähm, dev-verify-Code, in unserem Fall zum Beispiel. Und hier kann man einfach wieder den Key eingeben. Ihr braucht wirklich nur den Key. Und, ähm, ja, hier kann man ganz einfach sagen, okay, wir hätten ganz gerne unser TOTP, ist gleich pyotp.totp. Achtung, ups, groß geschrieben, t-o-t-p. So, und, äh, hier kommt selbstverständlich der Key rein. Und anschließend könnt ihr das ganze Ding schon generieren. Ihr könnt den Code, übrigens, das ist vielleicht für die Leute, die das Ganze auf dem, äh, für eine App oder sowas brauchen. Ihr könnt den Code auch selber generieren mit totp.now. Ja, ähm, ich mach das mal ganz kurz in eine separate Methode. Eigentlich kann ich das hier kopieren. Ähm, ja, das war nicht der Plan. GenerateCode und VerifyCode. So, TOTP.now ist unser aktueller Code. Und VerifyCode, naja, dazu gibt es sogar eine eigene Funktion, auch wenn es das ganze Ding einfach nur überprüft. Verify von und dann eben, ähm, ach so, hier, richtig, hier brauchen wir vielleicht noch den Code. Als Parameter. Von Code. So, und damit habt ihr eigentlich schon alles, was ihr braucht. Also, hier kommt einfach der, der Zahlencode rein. Achtung, das ganze Ding muss ein String sein hier. Das heißt, das ist ganz normal als String machbar. Und auch der Key ist eigentlich ein String, wenn man es genau nimmt. Das heißt, das könnt ihr ruhig hier noch ergänzen. Ähm, ähm, dass, dass wir das nicht irgendwie als binär oder sowas brauchen, sondern dass es halt wirklich ein ganz normaler String ist. So, wenn ihr jetzt beim User seid, ja, dann wird der sich irgendwann mal einen Code generieren wollen. Äh, beziehungsweise es werden alle 30 Sekunden, solange die App offen ist, wird ein neuer Code generiert. Und das macht ihr so. So, Code ist gleich, ähm, eben das, was wir oben geschrieben haben. Generate Code. Und, ähm, zwar von unserem Key. So, und den Code gibt jetzt der Benutzer bei euch in eurer Datenbank beim Einloggen ein. Und ihr verarbeitet das im Backend natürlich, äh, also nicht im Frontend, bitte. Da müsstet ihr ja den Key speichern. Das wäre ja furchtbar. Ähm, ihr könnt das Ganze dann einfach überprüfen mit Verify Code. Und zwar, indem ihr hier den Key eingibt und das One-Time-Password. Das heißt, das TOTP, was, was der User eben über Generate Code bekommen hat. Und natürlich kann er sich vertippen oder sowas. Und, äh, ja, das ist eigentlich auch schon euer ganzer Workflow. Ich mache hier mal kurz ein Print drumherum, damit wir uns das angucken können, wie das ganze Ding aussieht. Ähm, achso, ja, das sollte ich vielleicht separat machen. So, Print von Code. Okay, und, ja, sieht so aus. Das heißt, wir haben hier ein, ähm, ein Code bekommen, haben dann das Ganze verifiziert. Oh ja, ich habe hier nicht zurückgegeben. Sorry. Achtet auch darauf, hier der Code wird jedes Mal sich ändern, auch wenn der Key derselbe ist, ja. Das heißt, wir haben hier vielleicht einen Key, diesen Key hier. Und jedes Mal, wenn wir einen neuen Code generieren, der wird sich alle 30 Sekunden ändern. Das könnt ihr überprüfen, indem ihr hier tatsächlich hergeht und sagt, ähm, Code ist gleich Generate Code. Und davor ein Time.Sleep von 30 Sekunden. Und wir generieren uns einen neuen Code. Code 2. Und, ähm, verifieren einmal Code 1 und Code 2. Ähm, achtet darauf, dass hier eben 30 Sekunden dazwischen liegen. Dann habt ihr einen neuen Code generiert. Die Dinger sind nur für 30 Sekunden gültig. Und das ist auch Sinn der Sache. So, ähm, und ja, während jetzt diese 30 Sekunden hier gerade laufen, möchte ich hier ein paar Missverständnisse vielleicht aufklären, okay. Okay, das One-Time-Password in diesem Fall, dieses TOTP-Verfahren. Das ist tatsächlich ein Verfahren, das nicht perfekt sicher ist in dem Sinne. Weil natürlich in der Datenbank der Anwendung, also ihr seht hier einmal der alte Code False und der neue Code True. Das ist klar. Und, ja, was passiert hier? Also, die Anwendung muss den Key hier speichern. Und zwar im Klartext. Wir können den nicht hashen oder sowas. Denn ansonsten können wir den nicht benutzen, um One-Time-Passwords alle 30 Sekunden zu erstellen. Das funktioniert sonst nicht. Das heißt, wir brauchen den Key im Klartext. Der Key selber wird aber nicht wieder übertragen. Der Key selber wird nur bei dem Endgerät des Users eben verwendet. Und bei euch auf dem Server. Jetzt, wo liegen da die Sicherheits-Benefits und vor allem, wo liegen da die Sicherheitsrisiken? Nun, wenn ihr als Anwendung gehackt werdet, ja, also nehmen wir an, ein bösartiger Hacker ist in der Lage, eure Keys aus der Datenbank, also eure Zwei-Faktor-Keys aus der Datenbank auszulesen. Dann habt ihr natürlich keinerlei Möglichkeit zu verhindern, dass auch die Zwei-Faktor-Codes eurer User ausgelesen werden. Weil das im Endeffekt genau diese Codes sind. Das heißt, der Hacker ist im Besitz der Passwörter, weil die stehen auch in der Datenbank, die allerdings hoffentlich gehasht, so wie wir es im letzten Video gemacht haben. Und er ist im Besitz der Zwei-Faktor-Codes. Das heißt, selbst wenn eure User Zwei-Faktor-Authentifikation angeschalten haben, ist es dem Angreifer wahrscheinlich möglich, sich trotzdem einzuloggen. Das Zwei-Faktor ist sogar das kleinere Hindernis. Das heißt, ihr müsst dafür sorgen, dass ihr die Passwörter eben sicher abspeichert, so wie wir das letztes Mal gemacht haben. Und, dass ihr Zwei-Faktor habt. Warum Zwei-Faktor dann? Naja, was ist der Vorteil von Zwei-Faktor, wenn der Hacker, der eure Datenbank knackt, sowieso beides bekommt. Passwörter und Zwei-Faktor. Nun, gegen Hacker in eurer Datenbank ist Zwei-Faktor absolut wertlos. Aber gegen was es sehr wertvoll ist, und das ist einer der größten Eintrittstore für Hacker überhaupt, ist eben, wenn zum Beispiel Phishing stattfindet. Das heißt, ein Hacker fischt das Passwort eines Benutzers im Klartext, ja, durch eine bösartige Website, die so tut, als wäre sie die echte Website. Und hat dadurch das Passwort. Dann ist völlig egal, wie gut ihr das Ding abgesichert und abgehashed gespeichert habt in eurer Datenbank. Das interessiert den Hacker nicht. Der hat gar keinen Zugriff auf eure Datenbank. Aber dadurch, dass er auch keinen Zugriff auf eure Datenbank hat, hat er nicht diesen Key hier. Weil der ist ja wirklich nur beim Benutzer im Endgerät gespeichert, sprich auf dem Handy und bei euch in der Datenbank. Der Hacker hat auf nichts davon Zugriff. Der Hacker hat einfach durch eine falsche Webseite, die gefakt ist, hat er eben Zugriff auf das Passwort bekommen, aber mehr eben auch nicht. Und das heißt, er ist vielleicht in der Lage, sich in den ersten 30 Sekunden mal einzuloggen, aber so automatisiert funktioniert das meistens nicht. Und ja, dann müsste da noch der Zwei-Faktor-Code her sein und der ist halt nur 30 Sekunden gültig. Und das ist relativ schnell dann wieder entdeckt. Und dadurch kann man natürlich auch sehr, sehr sicher sein, dass die User-Accounts nicht so ohne weiteres gefischt werden können. Das heißt, das Verfahren hier ist eher Sicherheit für eure Benutzer, als tatsächlich irgendwie, wenn euer Server gehackt wird. Okay, das muss man ganz klar sagen. Wenn ihr Sicherheit wollt, dass eure Server, also dass ihr nicht auf dem, wenn ein Hacker quasi bei euch auf dem Server ist, dann braucht ihr ein asymmetrisches Verfahren. Und da versuche ich aktuell noch was zu finden, was gut funktioniert. Falls ihr da Tipps habt, dann immer gerne her damit. Aber ja, das ist eigentlich so ziemlich der Standard hierbei. Und mit gut funktioniert meine ich auch Libraries oder Sachen, die es einfach zu implementieren machen, dass es jeder im Endeffekt leicht einbauen kann bei sich. Aber gut, da, wie gesagt, schreibt mir ganz gerne, wenn ihr da was habt. Okay, das war's von meiner Seite. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir hören uns wieder beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.